Rote Rosenstar Birte Wolters Schwangerschaft ist ein Wunder Rote Rosenstar Barse Wolter ist schwanger, Jochen Schropp verrät Namen Rote Rose Star Birse Wolter hat in der Vergangenheit oft über seinen unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. Mit 42 Jahren wurde sie trotz Endometriose zum ersten Mal schwanger. Doch jetzt ist er wahr geworden. Ihr bester Freund und Moderator Jochen Schropp, 45, teilte die Neuigkeit Anfang Juni in einem Instagram-Post mit und verrät auch. In einem Interview mit der Zeitschrift Bante sprachen die beiden über ihr Glück mit dem Baby. Dass der Name ihres ungeborenen Kindes Mongme sei. Birte Wolter erfuhr erstmals in einer Fruchtbarkeitsklinik von ihrer Endometriose und Adenomyose Diagnose. Basis Wolter wollte keine künstliche Befruchtung. Düstere Diagnose für Rote Rosenstar, mein Kinderwunsch war zu extrem. Die Ärzte sagten ihr, dass es sehr schwierig werden würde, ein Kind zu bekommen, wenn das so weitergeht, sagt die 42-Jährige. Und erst mit Hilfe einer Kinderwunschklinik wusste ich, dass eine Insemination für mich keine Option sei. Ich wollte keine Frau sein, die immer frustriert oder verzweifelt über ihr Leben ist, sagte Jochen Schropp. Walter und Schropp glauben, dass die Tatsache, dass die Schwangerschaft auf natürlichem Wege erfolgte, ein Zufall war. Frau Barse versuchte, mit ihrem Freund schwanger zu werden, war ihr Verhältnis nicht mehr so ausgeglichen wie damals, sagte Schropp. Ich bin ein spirituell geschulter Mensch und glaube, dass ein leidender Geist hier bei uns wacht. Ich wusste also nicht, ob er der richtige Partner war. Ich denke, deshalb ist er vollkommen zufrieden mit der Person, mit der er derzeit Kinder bekommt. Lesetipp, es braucht über 400 Spritzen. Um ein Wunder zu bewirken. Jochen Schropp wird Pate von Birse Wolters Baby Jochen Schropp und ihr Mann Norman. 37 waren für Birse die wichtigste Stütze auf ihrem schwierigen Weg in die Mutterschaft. Und eine Zeit lang dachten Walter und Schropp sogar über gemeinsame Kinder nach. Nun scheint es für Walter und seine Lebensgefährtin wie von selbst zu laufen. Jochen Schropp übernimmt die Patenschaft. Er erfuhr auch als erster von der Schwangerschaft. Er wusste davon, bevor der Vater es wusste, sagt Walter. Ihr Partner kommt perfekt damit zurecht, dass Schropp in Walters Leben immer an erster Stelle stehen wird. Dann erfuhr er, dass es Jochens und mein Name waren. Der Name des Babys ist zum Beispiel auch Mama. Wir haben es immer unserem ungeborenen Sohn gegeben, erklärt Walter. Birse Wolters wird bald wieder bei Rote Rosen zu sehen sein. Birse Wolters wird ab 2023 in der beliebten ARD-Telenovela Rote Rosen vor der Kamera stehen. Die ARD strahlt ab Montag, 19. dort spielt sie die Hauptrolle der Franker Böttcher. August 2024, neue Folgen aus.